Willkommen bei TierExplorer, dem Ort, wo Tierliebe auf Wissen trifft. Heute haben wir etwas ganz Besonderes für dich, eine Reise in die Welt der Katzenerziehung. Stell dir vor, du und deine Katze verstehen einander perfekt. Klingt wie ein Traum, nicht wahr? Aber es ist möglich mit den richtigen Methoden. Katzenerziehung ist nicht nur ein Weg, um unerwünschtes Verhalten zu korrigieren. Es geht darum, eine tiefe, verständnisvolle Bindung zu deinem pelzigen Freund aufzubauen. Eine Bindung, die auf Vertrauen, Respekt und Liebe basiert. Heute teilen wir mit dir die bewährten Methoden, die deine Beziehung zu deiner Katze transformieren werden. Von der Kunst der positiven Verstärkung bis hin zu Geheimnissen der Katzenpsychologie, wir decken alles ab. Bist du bereit, in diese faszinierende Welt einzutauchen? Dann schnapp dir eine Tasse deines Lieblingsgetränks, mach es dir gemütlich und lass uns gemeinsam lernen, wie wir das Leben unserer pelzigen Freunde noch schöner machen können. Katzen sind geheimnisvolle Wesen. Ihre Gedanken zu verstehen, kann manchmal wie das Lösen eines Rätsels sein. Aber wenn wir beginnen, ihre Welt aus ihrer Perspektive zu sehen, öffnet sich eine Tür zu tieferem Verständnis und Verbindung. Jedes Schnurren, jedes Miauen, jede Bewegung hat eine Bedeutung. Wenn wir lernen, diese Signale zu deuten, können wir besser auf ihre Bedürfnisse eingehen und eine stärkere Bindung aufbauen. Und hier kommt Geduld ins Spiel. Geduld ist nicht nur eine Tugend, sondern ein Schlüssel zum Herzen deiner Katze. Es geht darum, ihnen Zeit zu geben, sich anzupassen, zu lernen und zu vertrauen. Konsequenz ist ebenso wichtig. Katzen lieben Routine und Vorhersehbarkeit. Indem wir konsequent in unserer Interaktion und unseren Erwartungen sind, schaffen wir eine Umgebung des Vertrauens und der Sicherheit. Verständnis, Geduld, Konsequenz. Diese drei Säulen der Katzenerziehung sind der Grundstein für eine harmonische Beziehung zwischen dir und deiner Katze. Und jetzt, bereit für die spezifischen Methoden? Lass uns weitermachen. Jetzt, wo wir die Grundlagen kennen, lass uns in die Welt der positiven Verstärkung eintauchen. Hier bei TierExplore glauben wir, dass Liebe und Verständnis die besten Lehrer sind. Stell dir vor, deine Katze macht etwas richtig. Sei es das Benutzen der Katzentoilette oder das Kratzen am Kratzbaum statt am Sofa. Wie reagierst du? Genau, mit Belohnungen und Lob. Dies bestärkt das gute Verhalten und macht es wahrscheinlicher, dass es wiederholt wird. Jede Katze ist einzigartig. Für manche ist ein Leckerli der höchste Lob, für andere ein sanftes Streicheln oder ein liebevolles Wort. Finde heraus, was deine Katze am meisten schätzt. Und dann gibt es das Klickertraining, eine einfache, aber effektive Methode. Der Klicker macht ein einzigartiges Geräusch, das deiner Katze genau im Moment des gewünschten Verhaltens signalisiert. Das hast du toll gemacht. Die Schönheit des Klickertrainings liegt in seiner Klarheit. Es gibt keine Verwirrung, kein Rätselraten. Deine Katze versteht sofort, welches Verhalten belohnt wird. Zu guter Letzt, vergiss nicht die Kraft des Spiels. Spiel und Interaktion sind nicht nur Spaß, sie sind auch wichtige Werkzeuge in der Erziehung. Sie bauen Vertrauen auf, fördern die geistige und körperliche Gesundheit und stärken die Bindung zwischen dir und deiner Katze. Ob es ein einfaches Federspielzeug ist, ein Laserpointer oder ein Intelligenzspielzeug gemeinsames Spielen, ist eine wunderbare Möglichkeit, deine Katze zu erziehen und gleichzeitig eure Beziehung zu stärken. Stell dir vor, deine Katze springt auf den Tisch, während du isst. Ein klares Nein und das sanfte Herunterheben zeigen ihr, dass dieses Verhalten nicht erwünscht ist. Konsequenz ist hier der Schlüssel. Es geht nicht darum, streng zu sein, sondern darum, klare Grenzen zu setzen. Und wenn Regeln gebrochen werden, folgen Konsequenzen, wie das Entfernen aus dem Raum oder das Ignorieren des unerwünschten Verhaltens. Umgang mit unerwünschtem Verhalten erfordert manchmal Kreativität. Deine Katze kratzt am Sofa? Zeige ihr, wo sie kratzen darf, wie an einem Kratzbaum. Oft ist unerwünschtes Verhalten einfach ein Zeichen dafür, dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Und das bringt uns zur Schaffung einer sicheren und anregenden Umgebung. Deine Wohnung sollte ein Paradies für deine Katze sein, mit Orten zum Kratzen, Klettern, Verstecken und Entspannen. Jeder Winkel deines Zuhauses kann ein Teil ihres Königreichs sein. Ein Fensterplatz mit Aussicht, ein gemütliches Versteck unter dem Bett, Spielzeuge, die ihre Neugier wecken. All das hilft, unerwünschtes Verhalten zu vermeiden und eine glückliche, ausgeglichene Katze zu fördern. Katzen sind sensible Wesen, die leicht gestresst werden können. Eine ruhige Umgebung, sanfte Musik, vielleicht sogar spezielle Katzenentspannungsmusik kann Wunder wirken. Es gibt auch Spielzeuge, die speziell dafür entwickelt wurden, Stress abzubauen. Denke daran, dass eine entspannte Katze eine glückliche Katze ist. Nun zur Sozialisierung. Der Umgang mit Menschen und anderen Tieren ist ein wichtiger Teil der Katzenerziehung. Es beginnt mit kleinen Schritten. Lass deine Katze in ihrem eigenen Tempo neue Freunde kennenlernen. Jede Begegnung sollte positiv und stressfrei sein. Belohnungen und sanfte Ermutigung können hier sehr hilfreich sein. Und schließlich die Bedeutung von Routine und Struktur. Katzen lieben es, wenn ihr Tag vorhersehbar ist. Feste Fütterungszeiten, regelmäßige Spiel- und Kuschelzeiten und ein ruhiger Schlafplatz helfen deiner Katze, sich sicher und geliebt zu fühlen. Denke daran, dass eine strukturierte Routine nicht nur deiner Katze, sondern auch dir zugute kommt. Es schafft eine Atmosphäre der Sicherheit und des Vertrauens, in der sich eure Beziehung vertiefen kann. Die richtige Ernährung ist das A und O für die Gesundheit deiner Katze. Eine ausgewogene Ernährung sorgt nicht nur für ein glänzendes Fell und gesunde Augen, sondern beeinflusst auch das Verhalten positiv. Es geht nicht nur darum, was du fütterst, sondern auch wie und wann. Feste Fütterungszeiten und die richtige Menge helfen, ein gesundes Gewicht zu halten und Verhaltensprobleme zu vermeiden. Jetzt zu einem spaßigen Teil kreative Beschäftigungsideen und Spiele. Eine gelangweilte Katze kann zu einer unglücklichen Katze werden. Deshalb ist es wichtig, sie geistig und körperlich zu fordern. Von einfachen DIY-Spielen bis hin zu fortschrittlichen Intelligenzspielzeugen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, deine Katze zu unterhalten und gleichzeitig ihre Fähigkeiten zu fördern. Und schließlich ein Schlüsselaspekt der Katzenerziehung, das Verständnis der Körpersprache. Katzen kommunizieren viel über ihre Körperhaltung, Schwanzbewegungen und Ohrenstellung. Indem du lernst, diese Signale zu deuten, kannst du besser verstehen, was deine Katze fühlt und braucht. Dies fördert eine tiefere Verbindung und ein besseres Zusammenleben. Katzen durchlaufen, genau wie wir, verschiedene Lebensphasen. Jedes Alter hat seine eigenen Bedürfnisse und Herausforderungen. Eine junge, verspielte Katze benötigt andere Ansätze als eine ruhige, ältere Katze. Es ist wichtig, das Spiel und die Interaktion an das Alter und die Energie deiner Katze anzupassen. Während junge Katzen oft energiereiche Spiele bevorzugen, benötigen ältere Katzen sanftere, ruhigere Aktivitäten. Jetzt zur Integration neuer Familienmitglieder. Egal, ob es sich um eine neue Katze oder einen neuen menschlichen Mitbewohner handelt, die Einführung sollte langsam und geduldig erfolgen. Stelle sicher, dass jede Katze ihren eigenen sicheren Raum hat. Langsame, kontrollierte Begegnungen helfen, Stress zu minimieren und eine positive Beziehung aufzubauen. Zum Schluss sprechen wir über die fortlaufende Erziehung und Anpassung an Veränderungen. Deine Katze entwickelt sich ständig weiter und was gestern funktioniert hat, ist vielleicht heute nicht mehr so effektiv. Sei aufmerksam und flexibel. Beobachte das Verhalten deiner Katze und passe deine Methoden entsprechend an. Erziehung ist ein fortlaufender Prozess, der Geduld, Liebe und Verständnis erfordert. Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade eine unglaubliche Reise durch die Welt der Katzenerziehung gemacht. Jetzt ist es Zeit, die wichtigsten Punkte zu wiederholen und dich zu ermutigen. Wir haben über die bewährten Methoden erkundet, von den Grundlagen bis zu fortgeschrittenen Ansätzen. Von positiver Verstärkung bis hin zur Anpassung an das Alter deiner Katze. Und denke daran, dass du immer auf die Bedürfnisse deiner Katze achten solltest. Die Reise der Katzenerziehung ist nicht immer einfach, aber sie ist lohnenswert. Du baust nicht nur eine Bindung zu deiner Katze auf, sondern schaffst auch ein liebevolles und respektvolles Zuhause. Ermutigung ist der Schlüssel. Jeder Fortschritt, sei er noch so klein, ist ein Grund zum feiern. Du bist ein wunderbarer Katzenbesitzer und du kannst diese Beziehung stärken und vertiefen. Am Ende des Tages geht es nicht nur darum, was du deiner Katze beibringst, sondern auch darum, was du von ihr lernst. Geduld, Empathie und Liebe sind die Grundpfeiler einer respektvollen Beziehung. Wir bei TierExplore sind stolz auf deine Hingabe und dein Engagement für deine pelzigen Freunde. Und wir sind hier, um dich auf dieser wundervollen Reise zu unterstützen. Vergiss nicht, dieses Video zu liken, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal, um keine unserer neuesten Videos zu verpassen. Wir haben noch so viel mehr in petto, um dir bei der Pflege und Erziehung deiner Katze zu helfen.